Was ist denn das? Ein Kanalisationsdeckel mitten auf dem Feld. Bin ich denn hier gelandet? Wahrscheinlich wird hier mal eine Stadt hingebaut, so wie es hier aussieht. Bist du vielleicht ein Ranchito Takito? Oh, hier ist irgendwas. Häuser. Ah, ich glaube, ich bin in Pleasant Valley vor Ort. Ach, schön. Ich höre schon wieder Wölfe. Was ist denn los in dieser Welt? Ah, ein Trailerpark. Trailerpark, Trailerpark, Trailerpark. Ich könnte immer ein paar Klamotten finden. Ich habe keine Hose, kein T-Shirt. Er läuft nackt durch die Gegend oder halbnackt. Ich habe immerhin selbst gemacht einen Rucksack auf dem Rücken. Oh, Medizin. Ich könnte gleich ein bisschen Medis schlucken hier. Ich habe jetzt die Tage einen Zettel von der Post bekommen, mit der Bitte, meine Post an der Filialstelle abzuholen. War ein Brief mit einschreiben und ich habe echt überlegt, was kann das denn sein? Ich weiß es echt nicht. Dann gehe ich dorthin, dann holt die Dame dann so ein kleines schwarzes Päckchen raus und ich erkenne das Logo von Robert Space Industries. Da ist dieser kleine Taschenkalender mit den Spielkarten. Also ich muss ja sagen, dass das Ganze auf der Homepage besser verarbeitet aussah. Hm, schade. Also die Karten hier haben eine gute Superqualität. Die sehen echt klasse aus. Und, ähm, der Kugelschreiber ist auch toll, der dabei ist. N, Westen, 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 da. Aber so, der Rest ist einfach nur so billige Pappe. Was hast du für jetzt bezahlt? Ähm, nichts. Ich hätte nur Restgut haben, weil ich ein Schiff verkauft habe. Achso. Aber das T-Shirt ist auch jetzt unterwegs. Es kommt aus Yong Yong Kong aus China. Hm. Würde also im Westen in drei Wochen da sein. Mein Haus ist umzingelt von Zombies. Eigentlich sind sie zu doof, Scheiben einzuschlagen und all sowas. Ach, es kommt bestimmt noch. Die bekommen irgendwann Intelligenz von Skynet. Skynet spielt irgendwann mit. Skynet gewinnt das Spiel dann. Ich hab ein T-Shirt. Im Wäschchen, Mottockner. Irgendwas in der Waschmaschine drin ist. Nix. Ich müsste mich eigentlich mal ausruhen, langsam. Und der nächste. Ich will da einbannen. Achso, aber ziemlich wenig, was sie da bannen, ne? Gut, die müssen die ja erst eine Weile beobachten, ne? Ja, weil ich denke mal, wenn die konkreten Verdacht haben oder den Beweis haben, dann zack, weg. Ja. Yay, Medizin. Ich hab übrigens auch eine AR-15 vorhin gefunden, die hab ich oben liegen gelassen. Kein Platz, ich hab ja nur drei Slots. Da sind schon drei Sachen drin, die ich brauche. Ja. Oh, jetzt hab ich auch einen blöden Wolf an meinen Hacken dran. Ob ich hier unten im See mal baden gehe? Vielleicht lassen sie mich in Ruhe. Ne, das sind aquatische Wölfe. Pass auf. Okay, stimmt, hast du gesagt. Ne, dann lass ich's mal lieber. Ich sammle einfach ein paar Beere und laufe über diesen tollen Hügel drüber. Genau, und dann werft die Bären zu den Wölfen. Wenn ich die Augen greffe, hab ich sie geblendet. So, ein bisschen Crafting machen hier. Also, das ist, das ist, das ist, das ist, das ist, das ist schon wieder so überhanden, dass es eigentlich schon wieder Spielspaß mindert ist. Ja. Gebe ich dir absolut durch. Also, definitiv. So müssen wir echt noch was machen. Das ist ja totaler Humbug. Oh, hey. Ulixis. Na klar muss man was austesten, aber man muss doch sehen, dass das echt, nur, dass die Spiele nur hin und her laufen und überhaupt nichts machen können. Jetzt halt wieder ein Bären, ach, noch ein Bären, natürlich. Haben sie denn Bären aufgebunden? Ich glaube, ich lass mich gleich wieder absichtlich töten. Ach komm, ja, was soll's. Hier, friss mich. Ist die Zeit nicht langsam mal vorbei für uns? Zehn Minuten musst du noch aushalten. Okay. Hätte ich nicht gedacht, dass ich das nächste Mal sage, echt, aber ich bin so froh, wenn sie zehn Minuten jetzt rum sind. Oh. Oh, fuck. Oh, fuck. Wie viele Zolle stehen hier? Bitte mich verarschen. Schnell ins nächste Haus, wenn man Tür hinter mir zumachen. Wo sind die anderen Türen? Wo sind die anderen Türen? Alle Türen sind zu. Gut. Was liegt denn da? Ein T-Shirt. Hm, das Wasser? Haben das wirklich echt verändert? Aber der Wunsch spiegelt sich so schön da drin, das sieht gut aus. Das hab ich jetzt nicht gesehen. Das sieht schon recht schick aus, doch. Ich hab da gerade Salz gefunden, da kann ich wieder irgendwelche neuen Dinger. Ne, doch nicht, schade. Ich verhungere. Ich bin starving. Lass dich von Wölfen fressen, die machen das gerne. Ich finde doch jetzt keinen blöden Busch, um mir so einen blöden Stock abzureißen, um mir einen Bogen zu machen. Weißt du, man kann hier jetzt nicht mal ein Lagerfeuer machen, ne? Weil man hat gar keine Zeit, sich irgendwo hinzusetzen. Ja. Och, es reicht langsam, man kann nirgendwo lang laufen. Und da steht dann, wenn sie... Ich möchte gerne die Original-Dorner aus der Dead Zombies haben, die nicht hinterherlaufen, wie äthiopische Sprinter, die ganz normal schlurfen und gehen. Dann können sie auch wegen ihren Massen auftreten. Ja. Ich würde mich jetzt sogar mal ne Panathone freuen, da kann ich mir nicht mein, äh, mein Wolfssteak mal brutzeln. Oh, ja. Ey, die Zombies sind weg. Alles ruhig hier. Ah, okay. Oh, und da kommt ein Braunbär aus der Tür. Toll. Ich wollte gerade da rein. Oh, ein Sandwich. Ich bin gerettet. Immer diese blöden Braunbären. Blaubeeren, Braunbären, was es hier alles gibt, ey. Schwarzbären. Blaubeeren, äh, Käpt'n Blaubeeren. Ja, der zieht die Lügenmärchen, da muss er aufpassen. Und der hat einen Gehilfen, der echt blöd ist. Ja. Da kann ich auch mit der Taschenlampe rumlaufen, ist ja eh dann wurscht. Aber mit der Taschenlampeneffekt beim Laufen, der sieht richtig gut aus, schon sehr realistisch. Vom Schattenspiel her. Der sieht das gut aus mit der Taschenlampe, nur man benutzt sie nie. Aber ich hab immer Angst, dass ich erschossen werde. Ja, hier, hier kann ich ja durchdreffen, dass ich jetzt auch, ob ich jetzt erschossen werde oder wie dort. Ich finde, ich bin nicht blöd, wo sind hier die Büsche, um hier so ein Stück abzureißen? Hier sind überall ja Bären, ja toll, Bärenbüsche. Ich hab gerade gesehen, ich hab Bären dabei und die haben mich jetzt gerettet. Hab ich denn wieder so einen Blöden? Oh, und einen Wolf. Ach komm, Leute, das ist echt gut. So, ich bin wieder fit. Also, da spiel ruhig erst wieder an, wenn der nächste große Patch da ist, um zu sehen, ob sie diese Gegnermassen weggemacht haben. Ja. Das ist auch wieder eine Pause. Das nächste machen wir noch ein bisschen DayZ. Da gibt's immer nur kleine Patches und wenige Zombies. Ich hab ja echt, also, es gab ja in letzter Zeit wirklich viele große Patches auch hier. So zwei große zwischenzeitlich und dann halt auch kleinere. Aber das nervt echt. Das ist echt Spielspaßminder. Das macht überhaupt keinen Spaß. Eine Straße hab ich gefunden. Yippie, yahu. Ja, die hören halt sehr auf die Community. Und wenn die Community sagt, ja, mehr Zombies, noch mehr Zombies, noch mehr Zombies, dann machen sie das halt, ne? Ah, da ist ein anderer Spieler, der auch noch wegläuft. Ich müsste mal auf Reddit gucken. Ich glaub mal hinterher. Vielleicht schlägt er mich ja. Gucken, was die Leute da so sagen. Oh, ist ein Zombie. Verdammt, das ist kein Spieler. Guck mal in seine Augen. Wenn sie gelb leuchten, ist es kein Spieler. Also, da er schnell läuft, nehm ich an, es ist ein Spieler. Zombies können auch verdammt schnell rennen, das weißt du doch. Ah, noch ein Braunbär. Aber ich kann ihn nicht einholen. Ja, dann ist es wohl ein Spieler, wenn er genauso schnell ist wie du, oder? Er hat sich versteckt. Okay. Oh, war doch ein Zombie. Verdammt toll. Die Taschenlampe ist aus, als geht's wieder. Batterie alle, oder was? Gibt's doch keine Batterien. Stimmt, gibt's keine Batterien. Falsches Spiel. Fuck, wo kommst du her, Zombie? Ihr habt die Türen zugemacht. So, ich hätte gern Mini-Nukes. Apropos Mini-Nukes, bald müsste es auch ja das, ähm, für uns den kostenlosen Behemoth geben, bei E-Wolf. Yay. Und die neuen Maps. Schlanker und E-Wolf mehr gespielt. Oh, ich schau, das macht echt noch Spaß. Und der Behemoth ist ja echt fies. Er hat eine Zunge, um die heranzuziehen. Eine lange Froschzunge. Mal gucken, ob er den Wraith schlagen kann, in Sachen Fieslichkeit. Fieslichkeit, wie auch immer. Großheit. Komm zu mir, oh, da sind ja Wölfe dabei. Hör auf. Geht weg, geht weg. Mein Gott. Guckt euch das doch mal an. Hier, töte mich. Fresst mich. Ja, also, bevor du dich jetzt noch weiter rumquälst, können wir eigentlich auch Schluss machen. Dankeschön. So, das war jetzt auch das abschließende Bild. Mein Tod auf der Straße. Es reicht mir echt. Gut, dann sehen wir uns in ein paar Wochen mal wieder. Ja, bis irgendwann. Tschau. Tschüss. Liebe Zuschauer, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch sehr gefallen, was ihr gesehen habt. Hinterlasst uns gerne ein Abo. Wir würden uns bedanken. Und bei Anregungen und Fragen, schreibt bitte in die Kommentare, was ihr wollt. Wir lesen alles und wir antworten aufs Gut. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal und schaltet wieder ein. Bis dann. Tschüss.